hallo meine Damen und Herren herzlich willkommen gerade zu Beginn auch von der Kaste und schon aus der Wiesung Kruppel also was machen was können wir machen wir können hier noch wir sind weiß so es ist wie damals S-Saal hier so keine Ahnung ok am Beispiel Druckenplatten und hier genau wir hatten ja vor einem kleinen Server Absturz quasi gar nichts mehr im Inventar haben das heißt wir haben uns das ganz kurz wieder geholt ich denke es ist in Ordnung und ja so 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 ha alter dann bräuchten wir aber ähm Druckplatten ne Menge Justin für die Tische ja du verstehst so so oder wir bauen am Bunker weiter können wir natürlich auch machen mir ist das vollkommen egal musst du entscheiden ähm ja was ja am Bunker weiter bauen oder die ja oben anrichten ne am Bunker gut am Bunker weiter so ich würde vor allen Dingen Farmen gehen Farmen ja Farmen müssen alter müssen wir unbedingt machen wir haben wir haben gar nichts mehr ja ähm wie machen wir denn mal eine Zäune ich will grad irgendwie zu der Bunker Zäune zu machen ähm Justin Zäune ähm ja also es geht nicht mehr also ich mein es waren immer 6 Dicks in so einer 2er Reihe ähm ich fühl mich mit der Neumärsinn überhaupt nicht aus oder sind das jetzt solche Blöcke? ne da kommt ne Falltür raus ähm ähm ja ein guter Start ähm warte ich geb's ich geb's mir mal die Sachen wie man das zeig dir mal Programmer wie das hier geht das ne und so das ist also also Justin das ist so zack 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 lol geht nicht was ist das denn für ein Krampf ähm ähm okay keine Ahnung weiß ich nicht ähm vielleicht ein Haar draus machen so 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 ne Haar sind ein Haar ist ne Leiter ich hab keine Ahnung ich steck die da gerade mal in eine Kiste rein ja bin ich echt überfordert gerade so ähm ja jetzt ist die Frage Farmen aber wo okay so ähm ja jetzt ist die Frage und hat geklappt? oh ne ne ich ähm ich guck mal grad Tobi ähm ähm könnte es sein Alter wieso leckten das selber gerade so? warum wenn ich einen Block absätze warum ist er dann zwei Stunden später wieder da? kann wohl sein ah okay ich weiß wie ein Zornbaum okay wie und zwar ähm braucht man was für die Sachen denn getan? in welche Kiste? in die ganz rechts oberen ganz links also ganz rechts also an der Seite ähm jetzt ähm ich bin überfordert du hast denn hier oben ganz und da ja genau also ähm zwei Sticks in die Mitte und zwei Blöcke links und rechts da hast du drei Zorn okay 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 ich hab grad mal heimlich was getrunken in der Aufnahme ich erlaub mir das gerade einfach mal Hallo jetzt Alter das das ruckelt immens bist du gerade hochgerannt? ja okay dann hab ich doch richtig gesehen aber wo? wo? hallo 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 ähm wo? ich werde tisch hier angebracht so hier so ne ja perfekt mal mal ah oder wir machen ein U ja weißt das wie praktisch ich zeig das gerade mal an den Steinen wie ich das meine zack 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 so 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 siehst du so dass wir dann hier so in Ruhe haben und dass dann die ganzen Gäste sitzen und dass wir dann hier herankommen und dass auch mal schön feierlich begrüßt wird äh na hallo so Alter was ist mit dem Server los? f*** die Wand an kennst du das wenn du was abbaust und der Stein oder den Glotz den du abgebaut hast dann kurze Zeit wiederkommt und du den nochmal abbrücken kannst? ähm boah so ist es bei mir falls du es kennst so ist es bei mir gerade okay bist du gerade noch was am hochladen oder? ne ich mach gar nichts ich hab eins geschlossen ähm vielleicht liegt es halt am Regen ich weiß es nicht wahrscheinlich nur hat er alles hat er geschlossen aber naja drück mal bei dir Tab wie viele Balken hast du da? ähm keine Ahnung 2 4 3 3 ja warum weiß ich eigentlich auch David TV naja hehehe so ist dich gebammt ich glaube ich geh einfach mal raus so hallo oder ne ne ich geh farm so hehehe heute wird ne Farmfolge soo soo ja soll ich das erstmal gerade machen im Wald und Bauern gefahren also brauchen wir Holz ja ne? ja ok dann sammle ich gerade mit kurz Holz ja dann sammle ich so lange Eisen genau ja dann können wir schon mal kurz formen ich hab Flint yay ok naja jetzt ruhig fahren gehen wir ja 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 dann baue ich meinen provisorischen Unterflug wirklich sehr provisorisch und ich hab ja alles dabei ja und heu schaufel ja ok ich glaube ich lasse es doch mal nicht hier mal mitfahren und warte bis zum Tag boah ich will mich jetzt aber wieder nicht sicher dass da Lichter ins Lager bleiben wird dass da so viel Zeit passt ja und ich will da jetzt wieder alles bauen muss ja ähm das heißt ich mag hier und hier ne 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 so so jetzt habe ich keine Kohle in mir Und hier kommt er raus. Okay, bis jetzt ist hier alles relativ safe. Ich glaube, ich nutze gerade nur die Gelegenheit, wenn alles safe ist. Ich gebe mal hier noch einen Anseln, einen Ball rein. Was war das denn gerade? Was war das? Mir hat gerade ein Herz abgezogen, also gar nicht mehr was. Hast du zu, vielleicht schon Hunger? Nee, ich habe ihn gerade vollgefressen. Oh. Äh, nein, lass mich gehen! Boah, Alter, das ist echt mies, wenn der Server so leck, das ist mega mies. Aber ich muss ja hinten. Okay, wir kommen wieder zurück. Hey, hier ist ja, hier ist ja nicht sehr schön schattig, wenn wir in der Hütte regnen. Das muss ja nicht sein, ne? Unserer ist das. So. Ha, ist das natürlich ein Gefühl, wieder hier zu sein. So, dann geht es unser ganzes Leben. So. Äh, mit Schlimm... Mit Schlimm... Mit Schlimm. Mit Spülen habe ich schlimme Fragen gesammelt. Hier muss ich irgendwo sagen. Aber... Die Drecksau. Näh. Was ist mit dem Bogen los? Ja, sie ist hier. Da ist mir da ein bisschen Schwein. Was gibt es sonst noch hier so zum Töten? Oder Überfamilie? Einmal. Ich bin viel zu verschwenderisch mit dem Fall. Das sehe ich jetzt schon. Ja, zweimal getroffen hier. Aber hey, der Burkamp ist ja fertig teilweise. Das Gute, die Zombies kommen aber auch nicht mehr raus. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Hallo, warum? Ja. Ein Blauschwanz. Wieso heißt ein Bla... äh äh äh... Warum halt ein Blauschwanz? Nee, warum? Warum? Heißt mich mehr auf Blauschwanz? Ich... Höh! Wie mit deinem Tech-Shop-Bloch? Kann sein, ja. Ich hab'n Tech-Shop-Bloch. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Kann sein, dass du mit den Bissernutzen hast. Höh! Ich hab'n Tech-Shop-Bloch. Werler. So. Ha! Ha! Alter! Nein! Nicht! Nein! Boah, das ist echt mies! Biss mich verarschen! Hö! Nein! Lass mich! Nein! Hilfe! Hilfe! Alter! Ich hab jemanden gefunden! Wofür ich bin gerade? Ich bin ganz unten irgendwo auf Ebene L Oh, Alter! Fünf Stück! Nice! Okay, ich komme gerade mal zu dir Ich sehe deinen Namen schon Okay Alter Ende meines so ekelhaft Alter! Oh, okay, jetzt hast du hier unten Das ist nur die Frage Wie bist du? Ja Ich frage mich, wo bist du? Ich sehe dich nicht Ich bin unten Ich bin... abgebogen, ich weiß nicht Längst, das ist die Richtung Aber hier ist einfach nichts, wo man runtergehen kann Hä? Oh shit! Nein! Oh fuck! Da waren wieder diese Da waren wieder diese Da waren wieder diese ähm, komischen Diese Steindinger da, ne? Komisch, weil die sich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr Da war noch einer Alter! Boah! Alter! Boah! Die kommen richtig Aber dahinter war Diamant Nice! Okay! Diamant, ja sehr gut! Oh ne, hier ist noch irgendwo einer Oh ne, hier ist noch irgendwo einer Boah! Alter! Wie viel Diamant hier ist! What the fuck! Okay, ich glaube ich komme mal hoch Weil meine Hack ist sowieso Schrott Und warte mal, wir haben Ähm, elf Diamanten, alter Hopp! So So, der Stein ist bisschen abgebaut Jetzt nehme ich hier noch die Kohle mit Ähm, so Ist wieder draußen oder noch wieder unten? Ich bin unten, ich bin unten Okay Also ich bin jetzt, äh, wieder Im Lager Fleisch Also oben meinst du Ja Ich bin bisschen durchgekommen Ich hab dich auch nicht gehört, sag mal Ich bin, also, feisch Weißt du, ich hab dich auch nicht gesehen Ich weiß nicht, wie du bist Gibt's doch gar nicht, dass wir uns hier nicht mehr wiederfinden Also ich bin jetzt auf jeden Fall beim Lager Hä? Komm gibst du, du hast teleportiert So 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 Hier komm ich hier, so Ist wo, älter? Ich komm jetzt, ähm, von unten nach oben Was auch Was auch Ähm, wo So Ich find hier So So Mal gucken, ob er zieht So Mal gucken, ob er zieht Mal gucken, ob er zieht So Und 33 Eisenerz haben wir wieder Ich hab noch 20 Kohle gefunden So Okay, dann kannst du dir direkt da zutun Okay, dann kannst du dir direkt da zutun Du musst zwei Diamant-Äxte machen, oder? Äh, äh, spisshacken Man spisshacken Man spisshacken Ja, wir machen, ja Also, weil Wollen wir Wollen wir eine Aufnahmepause machen, kurz Wir sind jetzt wie jeder bei 20 Minuten Ja Dann machen wir uns die Dinger einfach in der nächsten Folge Bis dahin, danke fürs Dabeisein und gehabt euch wohl Bis dahin